Hallo zusammen, mein Name ist Cyril Wickrihalder. Ich bin Lernende, Kaufmann im zweiten Lehrjahr und darf ich die Lehrbrüfe, die man in der Kunsthoffschwanden AG erlernen kann, vorstellen. Kunsthoffschwanden AG ist ein gelarnet Traditionsbetrieb mit rund 550 Mitarbeitern. Davon sind 21 Lernende. Als innovative Entwicklungspartnerin und führende Spezialistin für Kunststofflösungen begleiten wir unsere Kunden zuverlässig und kompetent. Momentan bauen wir unsere internationale Präsenz aus und haben dafür vor kurzem eine Produktionsstätte in China eröffnet. Gerne stelle ich euch zu meiner Hug vor. Sie ist Lernende, Kauffrau im ersten Lehrjahr und arbeiten momentan am Empfang. Zu den Aufgaben am Empfang gehört die Bearbeitung der Post, dann die Gegennahme von Anrufen, diverse Sekretariatsaufgaben und Bestellung und Ausgabe von Büromaterial. Nebenbei lernen Sie am Empfang Ihren Mitarbeiter, Kunden und Lieferanten persönlich kennen. Sie hat mit sehr vielen verschiedenen Personen zu tun, was immer sehr spannend ist und für Abwechslung sorgt. Während Ihrer Ausbildung bei der Kunststoffspanden AG arbeitet sie insgesamt in sechs verschiedenen Abteilungen. Dazu gehören neben dem Empfang das Versandbüro, die Disposition, die Einkauf, das Personalbüro und die Finanzabteilung. Durch die Möglichkeit in allen Abteilungen mitzuschaffen, kann sie herausfinden, in welchem Bereich sie sich später gerne vertiefen und weiterbilden will. Der nächste Lernende, den ich euch vorstellen darf, ist der Roy Claus. Er ist Lernender Informatiker in der fachrichtigen Betriebsinformatik im zweiten Lehrjahr. Als Informatiker in der fachrichtigen Betriebsinformatik bist du ein Allrounder. Du kennst dich sowohl in der Systemtechnik wie auch in der Softwareentwicklung aus. Du bist in der Lage, Benutzerinnen und Benutzer bei komplexen Informatikproblemen zu unterstützen. Du nimmst Gerätebetrieb, installierst und konfigurierst Server, beträgst Netzwerke oder du bist bei der Weiterentwicklung von Programmen beschäftigt. In diesem Fall bist du bei der Analyse der Anforderungen beteiligt, stellst Testkonzepte auf und setzt die Anwendungen in der Datenbank um. Der nächste Lernende, den ich euch vorstellen darf, ist der Davide Marsico-Veterre. Er ist Lernender Logistiker im zweiten Lehrjahr. Als Logistiker in der fachrichtigen Lager bewirtschaftest du Lagerräume. Dort nimmst du den Güter entgegen, kontrollierst und verbuchst sie im Computersystem. Ausserdem lagerst du sie mit Hilfe von Flurfahrtenzeugen oder komplexen Fahrtensystemen ein. Logistiker gehen Bestellungen ein, bereiten alles vor, erstellen Lieferpapier und beladen die Fahrzeuge. Um eine Lehre als Logistiker in der FZ bei der Kunststoffschwanden AG anfangen zu kennen, musst du die Realschule abgeschlossen haben. Dein praktisches Verständnis ist sehr gross und du bist handwerklich geschickt, sowie ein Organisationstalent. Austausch, Kontaktfreude sowie Dienstleistungsbewusstsein zeichnen dich aus. Der nächste Lernende ist der Zentrum Kukicchi. Er ist Lernende, Kunststofftechnologe im vierten Lehrjahr. Kunststofftechnologe ist ein Prüfbild mit Zukunft. Du lernst, wie man eine Spritzgussmaschine einrichtet und sie programmiert. Du entwickelst kundenspezifische Anwendungen und stellst Bemusterung bei Neuwerkzeugen sicher. Zudem bist du für die Überwachung des Produktionsprozesses zuständig. Eben so gehört die Qualitätskontrolle, das Dreien und Fräsen von einfachen Bauteilen und die Wertung von Maschinen, Anlagen und Geräten zu deinem Tätigkeitsgebiet. Um einen Lehrstil als Kunststofftechnologe bei der Kunststoffschwanden AG anfangen zu kennen, musst du die Sekundarschule abgeschlossen haben und dich für physikalische und chemische Vorgänge interessieren. Logisches Denken, exaktes Arbeiten und ein gutes räumliches Vorstellungsvermögen zeichnen dich aus. Zudem interessierst du dich für Produktionsanlagen und technische Fähigkeiten. Der Darko Jovic ist Lernende, Polymechaniker im vierten Lehrjahr. Polymechaniker oder Produktionsmechaniker ist eine vierjährige, respektive dreijährige Lehrerin. In den ersten zwei Jahren wird mit der Basis- und Ergänzungsausbildung der Grundstein geleitet und dich später in mindestens einem Schwerpunktgebiet zu spezialisieren. Als Polymechaniker produzierst du bei uns Hightech-Teile und Fertigungsmittel. Um eine Lehrstelle als Polymechaniker EFZ bei der Kunststoffschwanden AG anfangen zu kennen, musst du die Sekundarschule abgeschlossen haben und dich für technische Zusammenhänge interessieren. Dein technisches und praktisches Verständnis ist sehr hoch und du bist handwerklich geschickt. Zudem arbeitest du gerne sorgfältig und hast Freude an handwerklichen Tätigkeiten und Maschinen. Und übrigens, fast alle von unseren Lernenden können nach der Lehre in der Kunststoffschwanden AG weiterarbeiten, was ein sehr grosser Vorteil ist. Wenn wir dein Interesse an einer Ausbildung bei der Kunststoffschwanden AG geweckt haben, findest du auf unserer Homepage www.ks-ag.com weitere Informationen. Wir würden uns freuen, dich in unserem Team begrüssen zu dürfen.